So, gleich geht's weiter. Achso, jetzt geht's weiter. Nach der kurzen Pause, damit ich halt die Folgen ein bisschen besser trennen kann. Sollten ungefähr, ja, 30 Minuten gewesen sein. Ja, 32 Minuten laut Anzeige. Ich denke mal, das ist okay. Ob ich das noch dazwischen schneide, werdet ihr dann sehen oder nicht. So, ich wollte zu den Lower Markets, glaube ich. Das ist ein bisschen unübersichtlich für mich. Rita's Sister. Lower Markets, genau. Wie auch immer wir jetzt da hinkommen. Hier war ich ja eben wegen dem anderen Typen. Gibt's hier denn noch irgendwas? Ach, ein Keeper, genau, den können wir mal untersuchen. XP und Geld. Da war es nichts. Schlecht. Okay. Oh, hallo. Immer noch. Schade. Achso, mal ein Quicksafe einlegen hier. Weiß ja nie. Ist hier was Neues? Ja, kennen wir schon. Ah, hier. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ich nehme mal so einen Reiseführer in Anspruch. Wards, bitte. Oh Gott. Was ist Korra's denn? Ich hoffe. Ja, sehr gut. Schau mal, jetzt gibt's nicht wieder auf die Fresse hier. Fist ist hier eigentlich tot. Ja, Mocke läuft wieder. Alles gut. Das. Ja, wieso nicht? Einen kleinen Moment haben wir ja. Ach, sorry, kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, wieso. Oh, was ist wo du da? Oh, was ist pow'n? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, wo ist das? Ich kann gar nicht kommen wie den. Ja, den Spruch hattest du schon, aber trotzdem gut. Hallo, ich bin mit dir in einem Moment. Okay. Ich werde gleich hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass du hier nicht hier, um zu essen? Ich muss dich über deine Arbeit mit C-Sec zu sprechen. Ich weiß nicht, was du sprichst. Jetzt, wenn du nicht mindst, muss ich zurück zu meinen Kunden. Das ist nicht das Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt, du bist wie meine Freundin. Warum ist jeder so über mich? Ich kann mich selbst beziehen. Ich muss gehen. Ich bin kein Strip, ich bin nicht bezahlt, ich bin nicht bezahlt, um zu stehen und zu sehen. Charmante Frau. Du bist hier raus. Ich bin unterwegs. The other waiters can help you. Hallo? I got business here, but not with you. Don't waste your time on me, kid. Not now. Watching the show. Wir sind hier mal beschäftigt Oh, da haben wir Muss auch nichts mehr Gut, gut, alles geplündert Sehr schön Sehr schön, sehr schön, sehr schön Wer kriegt hier? Oh, hallo Was hast du gerade gesagt? Lass dich weg! Ich habe nichts von dir gemacht Verdammte Neukomers, ich denke, sie können das Ort Das war wunderschön Was hat er versucht, uns zu erzählen? Ich glaube, wir würden besser herausfinden Ich habe nichts von dir Jenna haben wir jetzt gesprochen Dazu müssen wir dann zu CSEC Ich habe schon Sitterlizel Fan Wir haben schon Report as request Okay, da soll ich noch Miss Wong bringen Look for information habe ich jetzt Genau, das muss ich nur überliefern CSEC Academy CSEC Academy Okay Wards Access Corridor Okay Wards Access Corridor Und Keepers natürlich Okay Dann versuchen wir immer zu Wards Access Zukommen Lower Wards War ich hier drin? Moment Ne, das war glaube ich zu Upper Wards Upper Markets Ähm Guck mal, ob wir Lower Markets mit rein Hallo da Willkommen zu Moorland's famous Shop Willst du viele gute Supply? Ja Lass mich sehen, was du hast Zeig mal Oh, du bist glücklich, ich denke Sehr gute Dinge, die ich habe Du wirst sehen Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wie viel Geld ich jetzt habe 1140 Oh je, ich kann mir was kaufen Aber das mache ich später Weiter, weiter, weiter Treppe hoch Emily Wong Okay Das Monster Willkommen zurück, Earth Clan Will you be needing supplies for your return to the colonies? Ja bitte Zeig mir, was du hast Sehr gut Sehr gut Ich bin sicher, dass du etwas zufrieden findest Pleasing Sieht ein bisschen aus, als würde ich jetzt hier Rabatt kriegen bei so einen krummen Werten Aber, noch nichts in meiner Preisklasse Moment Moment Ich muss Ich muss Ich muss, ich muss, ich muss Erstmal zu morgen Genau Ah, Steuerung Was machst du? Ich mag das Türgeräusch Und da steht sie auch schon Das Wort auf der Straße ist, dass du beschäftigst Du bist beschäftigt Herzlichen Glückwunsch auf den Fist Ich war sicher, dass er ein großer Spieler und was da passiert ist Hier Hast du irgendwas in seinem Office gefunden, das mir helfen könnte? Diese OSDs haben vielleicht die Informationen, die du schaust Du hast Fist-File? Das könnte sogar größer sein, als ich hätte erwartet Hier, Kommander Für deine Probleme Hm Wenn das schon so gut läuft, dann kann ich dir noch mehr anbieten Was würde meine Zukunftskooperation verdienen? Dagell, eine Interview, wenn meine Investigation vorbei ist? Exklusiv? Du sprichst mit mir, bevor du jemanden zu sprechen Das würde mir ziemlich viel verdienen Und ich wäre sehr glücklich, dass du dich entsprechend kompensieren Hier bist du Jetzt, wenn du mich entschuldigst, sollte ich gehen, was auf diesen Disken ist Ein bisschen komisch guckt sie ja schon So, so, so Dr. Michel, bestatt ich mal noch einen Besuch ab Wenn ich schon hier auf der Ebene bin Hier gibt es ja noch irgendwo einen kleinen Keyword zum Abscannen Das ist eine neue Idee Awesome Eh Der kann hier sein Bonjour Oh, hallo Hm Null Ich hab nie recht dankbar dafür, dass du mich aus der Fist-Thugs geschehen Ich weiß nicht was hätte, wenn du da nicht wärst Das klingt doch super, ein paar verstümmelte Soldaten reparieren. Oh, ein Exoskelett. Prototype upgrade combining numerous advanced medical technologies to monitor and regulate all vital systems, maximizing healing and minimizing recovery times for the user. So, das ist für die Berlin-Armor-Klassen, schütze ich mal, ach so, ist das, oh ja, das ist gut, plus 1 Health Regeneration per second, except, das ist auch so schön günstig. Oh, danke, tschüss. Oder war da noch ein Keyback? Nein. Mensch Mädels, hier laufen ein bisschen konfus um mich herum, das macht mich irre. Und dann zeigt mir Tali Zora auch nochmal ihren im Anzug versteckten Hintern mit einem Bild, durch den die Sonne sogar durchscheint. Scheint quasi die Sonne aus dem Arsch. Aha, schlechter wird sich heute. Alle mal ducken? Ja, gar nicht. Okay. Werden wir noch einen Blick in das Lock. Hydra System. Century System, das war der Gummide Fan. Chalit, das war genau eine C-Sec, das war auch nochmal C-Sec. Ward's Axis, genau das war das. Und hier Keeper, ich gerne. Man weiß ja nie, ob sich da noch irgendwas hinein mogelt, ohne dass man es mitkriegt. Okay. Das war glaube ich ein Fahrstuhl. Das war glaube ich ein Fahrstuhl. Okay war doch kein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ein Fahrstuhl. Okay. Das ist ein Kiebel. Das ist ein Kiebel. Das ist ein Fahrstuhl. hmmm ja, ich weiß nicht, ob das mit den Schwänzen bevor ich hier wieder eine Stunde im Fahrstuhl verbringe hmmm das ist hier vielleicht World Access